Hallo Internet und Hallo Youtube, ihr habt euch vergisst, so passt wie ich gerade Pukarest ein FPMV 100 Tram Linie gegeben habe, wie denn jetzt wird das Aufnahmegerät aufgehängt. Ja, wir haben nicht viel gemacht. Tut mir leid, ist jetzt untergegangen, leider. Kann passieren, aber dafür seht ihr jetzt mal die Zuglinie, wie ich sie mache, von Istanbul weg. Dann werden wir von dem Gleis ausgehen. Es ist wurscht, wir müssen sowieso in den Berge rum. Boah, das mache ich sicher nicht, das gefällt mir schon gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Die Wiese heißt Brücke verhindern. Tunnel verhindern. Dann passere ich das auf jeden Fall auf mein Servo. Oh, sehe ich nichts. Sind wir Scherzte? So, jetzt sehen wir was. So, straight ahead bauen wird ja nichts, wenn wir von der Seite bauen. So, das gefällt mir fast. So, das gefällt mir fast. Oh, das hätten wir eigentlich schön verbunden. Nein, hätten wir nicht. Das gefällt mir jetzt wieder nicht. Wenn es denn so verhindern ist, bitte verhindern wir es. Okay, da muss man nicht immer unbedingt das machen, was das Spiel an Vorschlägen. Ich stecke fertig. So schnell geht das mit dem Baum. Okay, das ist meist ein bisschen zu spät eigentlich. Ja, das war mir klar. Das war mir klar. Das war mir klar. Das war mir klar. Also wir sind viel zu spät für die Aufnahme. Aber eigentlich ist das nicht. Ja, da richtig angefühlt. Zeitlich gesehen. Lohle. das war auch ein länger gesteckt hätte nicht glaubt dass das so lange jetzt haben wir sie gleich gebaut gehabt die kinder Signale gehabt das ist noch ein Block-Signal wir fahren sowieso mit Einzug, das ist eh wurscht, aber trotzdem hätte ich den 2 gleiches Gegenverkehr dann so, hätten wir das auch die Frage, wo gehen wir uns an vielleicht übernehmen wir mal kurz diesen hier diesen hier und sagen jetzt SP und Istanbul und Pokerist Pokerist so jetzt mal könnte ich da auch mal hinsetzen ein Depper und die was wollen wir mehr youtube was nur noch mehr ein zug hätte noch gehabt dann würde es passen die mit mir in den zug jetzt aber so schnell warum nicht passagiere halt natürlich mit mit unserem zug lächerlich die vakons gefahren schon Wir hatten einen schönen Zug drauf, muss man sagen. Passt für die Strecke an, wir gut. Ja, kann man lassen. Strecke auch noch wirtschaftlich ist, am Ende bin ich vollkommen zufrieden. Da muss man ein bisschen zu füllen. Ja, also nein, keine schlechte Idee gewesen, die Strecke zu bauen. Die Bukaristaner sicher gut tun. Da sieht er jetzt mal endlich ein bisschen Bezug zu den Mapclim. Das hat das Spiel eigentlich nicht zu viel noch inbauen und wir bauen an Strecken. Da müssen wir doch bald die schnellen Gleise bekommen. Das alles update nicht lang dauern. Das wird dann schon ein bisschen eine längere Geschichte werden. Da können wir ja nichts machen, jetzt sind wir froh. Also Bukarist, das hätten wir jetzt mal ja nicht. Das ist gut. Schauen wir mal kurz weiter. Belzigrat. 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 Oroma. Ganz eine kleine Stadt Rom hier. Ich werde sich ja langsam aufschlafen anbitten, uns das Netz zu holen. Ja gut, von Rom nach Belgrad wird es dann auch noch ein Katzenschwung theoretisch. Also das wird jetzt auch nicht so gravierend viel. Oh, die Schaffhausen haben wir. Das ist Paris. Oh, die Schaffhausen haben wir. Paris. Und das ist ja noch ein Busschenfeld. Wer wischt schon. Aber wie der Zug hier nicht so funktionieren, wie ich das gerne hätte. Aber da nirgends Öl in der Nähe. Naja. Nicht wirklich. Warum stehen wir hier rum? Gut, da könnte man eigentlich. mal gucken. Maler Kuhkern. Maler Kuhkern Youtube. Maler Kuhkern Was passiert, wenn wir hier eine Brücke geben? rübergeben das bfb verbar geht doch da kann man nicht einmal ausnahmsweise hier für london anleihen bräuchten doch wo decken wir meisten ganz doof reingesetzt was anderes ist mir nichts eingefahren leider vorteil der geschichte wir können beide nehmen beide baum stamm das werden wir auch so eine linie neue hier hat immer gesagt ja verdammt mich Aber ich will nicht schümmen. Ah, fuck. Cooken, 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 ah. Ja, ich habe ihn. LKW... ... ... ... ... ... ... ... ... So, dann haben wir noch mal. Von hier nach hier. LKW... ... ... ich kann mich für Lan-Lon-Lotter das ist das Zugtever, das will ich nicht Landorstraßen-Deprädchen dann hätte ich gerne Gargok Die Kamera ist gut. 15 Meter Lächeln. Da wird mal 8. 10 Meter Lächeln. 10 Meter Lächeln. 10 Meter Lächeln. Ich verstehe mir, hundern 0-1-2-1-2. Okay. Ich komme von oben runter, okay. Jetzt ist es 0-3. Gut, dann haben wir kein Problem. Ich möchte nicht einmal die 8-5 Meter drauf. Ja. Na klar. Ganz dorthin. Kompliziert. Wir haben euch gleich nachgestattet. Kommt immer nur Blödsinn aus, oder?